Hallöchen YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play Tech It und unsere Xerxes baut hier auch schon ganz ordentlich weg wie es sich gehört und ich arbeite hier einfach unten ein bisschen hinter mir halt ich mein, perfekt kann auch nicht jeder seine Arbeit machen, das ist klar vor allem keine Maschinen, die haben nämlich ein bisschen fehlerbehaftet als zumindest ja ok, kommt drauf an aber oftmals haben die schon ein paar mehr Macken als Menschen weil die eben nicht eigenständig denken können derzeit noch was für den einen oder anderen ein bisschen gruselig ist, aber ja gut warum laufe ich gerade hier hoch, ich weiß nicht kein Creeper, kein Creeper, gut hier rein, hier rein, hier rein, hier rein äh, gut vorerst brauche ich den ach, das ergibt gerade wenig Sinn so hier äh irgendwas wollte ich doch gerade hier oben machen oder nicht ich weiß nicht, ich gehe auf jeden Fall mal wieder zurück einmal von hier drinnen dann ist es gerade ein ähm ja gut, okay ja gut, okay wenn ich hier äh 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 Was? Ja, gut. Also ich stelle gerade fest, anscheinend hat das Programm wirklich noch so einige Marken. Die sind aber eigentlich gar nicht so aufgefallen. Bisher, oder? Die sind aufgefallen? Nö. Ach, keine Ahnung. Ja. Gut, also das Programm noch ein bisschen bearbeiten. Verstehe schon. Ich muss ja glaube ich auch nur eine Zahl ändern, beziehungsweise... Ja, eine Zahl real. Äh, Zahl real. Was? Ich wollte gerade eine Mischung aus Zahl und Variable sagen. Obwohl sie eigentlich eine Konstante ist. Ähm. Ne, wirklich, was wollte ich jetzt machen? Ach, genau, ich wollte... Aber die Sache ist halt auch, wenn ich, äh, go up 2. Wenn ich da jetzt Tunnel gemacht habe, oder es ist die ersten beiden... Das erste und dann... Ähm... Jetzt 3 mal 3 und mal... Okay, ich sag mal... Okay, sag mal 3. Dann... arbeitet er ja auch... Ziemlich zielsicher. Zumindest wenn ich es ausprobiert habe, war er eigentlich immer ziemlich... Zielsicher, oder? Ach so, ja, ich musste ja die ganzen Programme nochmal ins Neu... Ja. Das erklärt so einiges. Ich musste ja die ganzen Programme nochmal neu wegen... Ach, perfekt, ja. Schön. Fx... Ach so, das ist, ja. Ne, warte mal, ich muss ja, ähm, Höhe, Höhe, Höhe. Warte, Z. Z, Z ist die zweite Schleife. Größer. Eins, so. Ups. Das ist Schwachsinn. Jetzt sollte es funktionieren. Ich muss mal behaupten. Go up. Zwei. Tunnel. Drei. 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 Würde ich mal einfach behaupten, dass es jetzt nicht funktioniert. Ähm. In der Zwischenzeit. Ach, ich. Ja, Jetpack anziehen wäre ganz vorteilhaft. Äh, da, 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 hier. Zack, 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 zack. Machen wir hier nochmal nachkorrigieren. Ähm, und da, hier. Dann nochmal so. Das Gute ist ja, solange ich im eigenen Haus bin, bin ich nicht sicher. Warte mal. Hier ist schon alles richtig, okay. Hä? Ach so, da war einfach Merk-Revel, okay. Schon klar. Schon klar, schon klar. Äh, zack, 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 zack. Hä, was ist jetzt los? Tack, 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 tack. So, war gerade wieder irgendwas los hier am Computer. Auch ordentlich aufgebraucht hier. Okay. Tunnel. Ups. Drei, drei, drei. Zack, zack, zack. Jetzt funktioniert das so. Habe ich das eigentlich schon mal, äh, ich denke, das habe ich nicht in der Folge ausgebessert oder gezeigt. Sonst hätte ich jetzt nämlich noch so für mich selbst einfach eine Folge halt, wo ich nachschauen könnte, wie ich es dann am Ende gemacht habe, weil ich... Ähm... Hat es das gerade nicht gespeichert? Äh, Edit Tunnel. Hat es das gerade nicht gespeichert? Doch, hier hat es das gespeichert. Noch mal so. And is... Kleiner Zeit. Ach, egal, ich mache es einfach wieder außerhalb der Folge. Tja. Ja, äh, gut, dann... Achso, nein, die sind ja noch mitten in der Folge. Ich bin es immer, irgendwie immer so gewohnt, dass das dann... ...wenn es nicht am Ende der Folge kommt. Achso, geht's auch ganz gut. Das hier wollte ich nicht unbedingt weggraben. Eigentlich eher gar nicht. Nein! Achso. Das ist schlimm. Es regnet. Es regnet. Ja, das, was mir gerade passiert ist, sollte einem nach Möglichkeit nicht passieren, weil es ein bisschen unpraktisch ist, aber das kann sich jeder denken, würde ich mal behaupten. Warte mal, bauen wir einfach mal hier, zack, zack, zack. So. 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 Es gab ja auch nicht mehr viele Möglichkeiten. Äh, das kommt nach oben, genau. Genau. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das ist egal, das kommt hier rein. So, ähm, die packe ich hier hin. Zack, 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 zack. Hä? Also falsches Geschoss. So. Schmerzahle, so. Und dann packen wir einfach das wieder hier rein. Und dann geht es auch weiter. Bleibt auch ein bisschen was über fürs Nächste. Ja, okay. Dann haben wir inzwischen zum Beispiel schon wieder ein bisschen was zusammengesammelt hier. Was gut ist. Ne, hier so. Ähm, äh, 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 äh. Gut. Sind wir jetzt... Achso, hier habe ich ja gar nichts reingepackt. Also, ich habe mir schon gedacht, das ist wirklich schnell jetzt. Also, dabei war jetzt ja gar nichts hier drinnen, ne? Wow. So, gut. Ich würde auch sagen, das war es dann schon wieder für diese Folge. Und, äh, wir sehen... Oh. Schön. Vollmond wäre mir allerdings lieber. Na gut, äh, das ist jetzt auch nur ein Spiel, also von daher ist es egal. Ähm... Gut, dann würde ich zum dritten Mal jetzt sagen, dass wir diesmal... Dass wir jetzt fertig sind und... Also, mit dieser Folge natürlich nicht mit dem Projekt oder so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, was wahrscheinlich morgen sein wird. Warte mal, das ist jetzt... Ja, okay, keine Ahnung. Einfach morgen wieder, welcher Tag auch immer das sein wird. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.